Läuft auch. Also, was haben diese Professoren rausgefunden? Dass der große Menschheitsfehler, der alles überschattet und alles kaputt macht auf der Erde, auch die Umwelt kaputt macht, dass der darin liegt, dass wir eigentlich alle Menschen und alle Industrien für das Falsche belohnen. Nicht für das Richtige belohnen, sondern für das Falsche. Das heißt, Beispiel, Pharmakonzerne kriegen dann am meisten Geld, wenn ich häufig krank würde. Die kriegen aber keinen Cent dafür, wenn sie mir helfen würden, dass ich seltener krank werde oder bestimmte Krankheiten erst gar nicht kriege. Also für Prävention kriegt keiner was, aber für Behandlung, also quasi entsteht schon fast ein wirtschaftliches Interesse. Ich kann als Konzern nur überleben, wenn die Armee der Kranken immer größer wird, nicht kleiner wird. Und die Lösung liegt darin, genau diesen Belohnungsschlüssel in allen Teilen der Gesellschaft, nicht nur im Gesundheitssystem, sondern in allen Bereichen, das zu belohnen, was wir uns eigentlich wünschen. Gesundheitsförderung, Krankheitsveränderung, Lebensqualitätssteigerung, Verbesserung unserer zukünftigen Wohlfühlnoten, die wir bei jeder Wahl oder sonst öfters auch noch abgeben. Also unsere Lebensqualität wird zum Maßstab für alle Gewinnausschüttungen an alle Berufsstände und Industrien und Konzerne. Neuer Gedanke, was ist Ihr erster Eindruck dazu? Ja, klingt erstmal sinnvoll. Diese Belohnung von, sagen wir mal jetzt, spezifisch auf das Gesundheitssystem, von Behandlungen vorrangig vor der Prävention, das sieht man ja, wie das zum Beispiel in den USA dazu geführt hat, dass jetzt eine Opioidkrise entstanden ist. Und ja, wenn da die richtigen Incentives geschaffen werden, um irgendwie so langfristiger auch zu wirtschaften und ja. Ja, das jetzt Ganze würde nachhaltig werden, weil wenn der Lebensmittelhändler in Zukunft, wenn ich da mit meiner Krankenversicherungseinkaufskarte einkaufen gehe, weil es mir nichts ausmacht, dass vielleicht der Bundeswahlleiter am Ende ein paar Daten darüber kriegt, was ich so einkaufe, Gemüse und Obst oder was auch immer, das wäre mir egal, dass das dann beim Bundeswahlleiter vielleicht zusammenläuft, weil dem vertraue ich ja auch meine Wahlstimme an und so weiter. Also von daher würde ich sagen, wenn dann mein Lebensmittelhändler, weil er tausende von Leuten mit gesunden Produkten versorgt und sie dazu verführt, eher zu den gesunden Sachen, dass er dann den Profitzuschlag von meiner Krankenkasse kriegt und von allen anderen auch dann von der Krankenkasse Gewinnzuschläge kriegt für Gesundheitsförderung, also Teil des Gesundheitswesens wird, dann wird er das Gute tun und dann kriegen wir auch eine gesunde Landwirtschaft, weil er wird natürlich die Landwirtschaft auffordern, umzubauen. Ja, das klingt erstmal sinnvoll, aber hinter den Industrien stecken ja riesige Lobbymechanismen und wie will man die denn dann aufbrechen? Ja, hinter den Lobbyisten steckt wer? Hinter den Lobbyisten stecken die Großaktionäre und die Kleinaktionäre. Und da ist der Trick dabei, wenn Sie durch Gesundheitsreform zum Beispiel, können Sie jedes Jahr 70 Milliarden einschätzen, so sind die Berechnungen vom Allgemeinen Patientenverband in Deutschland, ein Arzt hat das berechnet, wenn Sie dann noch im Gesundheits-, im Ernährungsbereich auch noch nochmal 30 Milliarden an Krankheitskosten dann einsparen, weil die Ernährung ja eine große Rolle bei der Krankheitsentstehung steht, das wissen wir heute mittlerweile sehr genau. Und wenn dann sozusagen, natürlich ist es dann so, dass die Pharmaaktionäre erstmal sagen, ja hoppla, das wollen wir blockieren, weil das reduziert unsere Dividenden. Und dann kommt der Trick, wenn wir jedes Jahr 500 Milliarden in allen gesellschaftlichen Bereichen zusammen Plus machen, dann halten wir von Staats wegen die Dividenden für die Zeit der Umstellung der Konzerne konstant. Ja, das heißt wir geben ihnen, zweifelsweise wenn die mit 3% Gewinn noch rechnen oder 5%, dann geben wir ihnen sogar noch den Gewinnzuschlag noch mit dazu. Dadurch verhindern wir den gesellschaftlichen Krieg und den Widerstand sozusagen, ja, denn die Lobbyistenarmeen vielleicht werden sogar Killer geschickt, wenn es da Ärger gibt. Es darf halt keinen Ärger geben, es müssen alle mitgenommen werden. Denn für die Pharmaindustrie ist es ja so, dass sie halt dann für den deutschen Markt auf Präventionsforschung setzen muss und dem Arzt dann quasi Instrumente oder der Lebensmittelindustrie Instrumente für Bodenentgiftung zur Verfügung stellen muss. Statt Monsanto Bodenentgiftung. Verstehen Sie? Also man muss die alle mitnehmen, sonst geht das nicht. Sonst kriegen sie einen Bürgerkrieg. Quasi eine andere Art Subvention. Sprechen Sie da auch von quasi. In dem Fall wäre es mal eine... Dividenden quasi Dividenden als Subvention auszahlen. Ja, weil quasi vorübergehend, damit eben da nicht die Aktionäre aufschreien und sagen, ihr enteignet uns mit diesem Reform. Nee, dann sagt nämlich der Aktionär, ja, ich habe ja selber Kinder und Enkelkinder, ich will doch auch, dass die gesund aufwachsen und nicht mehr mit so viel Zucker konfrontiert werden, sondern mit gesunder Ernährung, mit gesundem Gemüse, gesundem Obst und so weiter. Und ja, von daher, ja, also leuchtet dieser Grundansatz zuerst mal, ist natürlich schwierig, technisch, darüber haben sich die Professoren 51 Jahre Gedanken gemacht. Leuchtet aber der Grundansatz ein, dieses dritten Systems? Ja, schon, das klingt schon einleuchtend. Dann habe ich zum Schluss nur noch eine Frage, denn Greta Thunberg und Fridays for Future sind im Moment die Promis der Gesellschaft. Und ohne prominent zu sein, kommen die Professoren nicht in die Tagesschau. Das geht einfach nicht. Das haben wir für alles versucht. Wir haben alles versucht. Bild-Zeitung hat über uns berichtet, aber keine Titelseite. So kommen Sie nicht in die Tagesschau. Markus Lanz lässt auch gerne so Leute ein. Nein, da irren Sie sich. Die Redaktionen laden gerne Promis ein. Sie laden gerne Arnold Schwarzenegger ein und Greta Thunberg. Ah, oder Luisa Neubauer. Aber nicht einen, der nicht prominent ist. Denn der Markus Lanz fürchtet eben, ein nicht prominenter Gast reduziert die Einschaltquote um so und so viel Prozent. Also machen die das nicht. Also das heißt nur, jetzt stellen Sie sich vor, Greta Thunberg würde nur hier sitzen, ganze Presse um uns rum und sie würde einen Satz sagen. Wir bleiben natürlich völlig unabhängig von den Scientists for Future 2. Wir verbinden uns mit keiner Organisation. Wir sind wir. Aber diese Idee, uns 900 Milliarden in Deutschland fürs Klima geben zu können, durch eine Komplettreform Deutschlands in Richtung Gesundheit und Lebensqualität, das sollte man doch in jeder Talkshow kontrovers diskutieren. Und wir fangen jetzt an, weltweit mit denen zu diskutieren, auch wenn wir uns mit Scientists for Future nie assoziieren werden. Was meinen Sie, wie dann die Mediensache losginge? Ja, da müssen Sie halt ein bisschen mehr Marketing betreiben quasi. Deswegen mache ich diese Videos. Sprechen Sie doch jetzt mal zu Fridays for Future Köln, mit denen ich morgen wieder sprechen werde. Geben Sie doch mal an denen eine Grußbotschaft. Ist es sinnvoll, wenigstens kontrovers zu diskutieren über dieses neue Modell, anstatt weiter vom Sozialismus, Kommunismus zu träumen, der aus wissenschaftlicher Sicht unwahrscheinlich erscheint? Welche Empfehlungen könnten Sie den Fridays for Future geben? Denn die haben direkt die Telefonnummer von Luisa Neubauer und dann haben die wieder die Telefonnummer von Greta. Ja, Diskussionen und Konversationen sind immer gut. Ja, Diskussionen und Konversationen sind immer gut.